Und? Nee, Leute, guckt mal, wer da ist. Hallo, Schatz. Komm mal, Showtime, Showtime. So, hallo. Na, alle Pferde in Schlaf geflüstert? Ja, und drei Tonnen Mist geschickt. Hast du ein neues Versierwasser? Das riecht gut. Oh, was man von deinem odische Wein nicht gerade behaupten kann. Komm, ich geh schnell duschen. Und dann? Kino unter Nachteil? Das klingt beides gut, aber ich fürchte, wir schaffen weder noch. Ach, Quatsch, ich leg dir einen neuen Duschrekord hin. Also, ihr habt's gehört, ich bin gleich wieder. Es tut mir leid, dass ich im Moment so wenig Zeit für dich habe. Schon okay, ich muss eh noch was für die Berufsschule tun. Wird doch nicht spät. Versprochen. Und du bist echt nicht sauer? Nein, nein, schon okay. Das ist nicht so wenig Zeit für mich. Du bist echt nicht sauer? Ja, ich bin leid. Ach, und Olli, grüß auch nicht vor mir. Christian Mann.